Moin Leute! Herzlich Willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem vorletzten Video der Playlist, aber mit dem zweiten Video des dritten Levels der Kopfrechen Challenge. Warum ist das das vorletzte? Im letzten Video seht ihr wie er diese Challenge rechnet, live. Genau das Ding und ich hätte die Aufkommen vorher nicht gesehen, die hat er konzipiert. Ja, da hat er auch einen Fehler drin. Ja, es sind zehn Aufgaben, Zettlerschiff braucht ihr. Spielregeln kennt ihr? Ja. Wie viele Minuten habt ihr? 180 Sekunden, wie bei dem Video davor. 180 Sekunden, da habt ihr es bestanden, aber konzentriert euch darauf, die wirklich richtig zu rechnen. Ja, das ist das A und O. Wie gesagt, zeig es auch den Eltern oder Cousins Cousinen, das ist gar nicht ohne. Ja, also geht's los in 3, 2, 1... goes. Oh wow. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, falls ihr mehr von diesen Challenges haben wollt, haut das rein und beschreibt. Wir machen die Videos. Gut, Leute, das war es dann hiermit. Bis dann. Ciao. Ciao.